Hallo meine lieben Kinder, jetzt kommt unser Thema, die Kleidungsstücke, Teil 8. Was ist das? Das ist das T-Shirt. Wie ist dein T-Shirt? Mein T-Shirt ist weiß. Mein T-Shirt ist weiß. Was ist das? Das ist die Strumpfhose. Wie ist deine Strumpfhose? Meine Strumpfhose ist schwarz. Meine Strumpfhose ist schwarz. Was ist das? Was sind das? Das ist die Socke. Das sind die Socken. Wie sind deine Socken? Meine Socken sind blau. Und jetzt von vorne an, sagen wir jetzt alle Wörter zusammen. Geht's los. Das ist der Gürtel. Das ist der Schuh. Das sind die Schuhe. Das ist der Stiefel. Das sind die Stiefel. Das ist die Baderlatsche. Das sind die Baderlatschen. Das ist die Weste. Das ist der Anorak. Das ist der Mantel. Das ist der Wintermantel. Das ist der Schal. Das ist die Mütze. Das ist der Hut. Das ist die Kappe. Das ist die Baseballkappe. Das ist der Handschuh. Das sind die Handschuhe. Das ist die Unterhose. Das ist der Badeanzug. Das ist der Regenschirm. Das ist die Tasche. Das ist das Nachthemd. Das ist der Pyjama. Das ist das Pyjama. Das ist das Unterhemd. Das ist der Bademantel. Das ist die kurze Hose. Das ist das T-Shirt. Das ist die Strumpfhose. Das ist die Socke. Das sind die Socken. Dankeschön. Das war's für heute. Bis morgen. Tschüss.